What? Jetzt werde ich hier gerade mit Bandagen... Das sind keine Bandagen, gell? Das sind diese Gouts-Dinger. Jaja, achso, jaja. Mehr hatte ich nicht. So, werde ich hier gerade versorgt. Wir haben es tatsächlich geschafft zu finden. Es hängen auch überall immer so Karten aus. Das ist eigentlich recht gut, da kann man sich sehr gut orientieren. So, und wir sind, wie gesagt, anstatt Cranberry und versuchen hier mal ein bisschen Loot zu kriegen. So, wir könnten das jetzt mal mit der Kiste ausbilden. Dann gehen wir in den Inventar. Ja, warte mal. Ah, nein, 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 nicht zwei hintereinander, fuck. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei hintereinander genommen. Ich glaube, das geht nicht. So, wir sind auch schon relativ gut ausgestattet, nur Waffen haben wir leider noch nicht. Ich habe ein Nick das gerade einen Rucksack spendiert, aber den sieht man, glaube ich, hinten noch nicht, oder? Na. Okay. Ja, guck mal in den Inventar. Ja. Und dann ganz unten links. Ja, was ist da? Da ist eine Crate, die kannst du öffnen. Wirst Key. Ja, ich habe aber keinen Key. Doch, einen einzigen hast du. Echt? Der ist direkt darüber. Könntest du machen, aber ich weiß nicht. Nee, 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 nee. Das lasse ich lieber noch, weil ich weiß nicht, was da drin ist. Erst wenn wir eine Base haben. Ja, ja, wenn es sicher ist, auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mir mal heilen. Use. Das sind so die Account-Items unten links, die man hat. Ja. Airdrop. Wer ist bitte so dumm und holt sich einen Airdrop? Der kostet irgendwie 5 Euro oder so, ne? Das ist nicht mal garantiert. Ich glaube, die haben den billiger gemacht. Ja, aber ist ja nicht mal garantiert, dass du das kriegst. Ja, ja. Muss man schon selten dämlich sein, sowas zu machen. Oh mein Gott, ey. Aber allein das so anzubieten ist auch selten dämlich, also. Ja. Das so anzubieten. Wir haben auch gesprochen nicht Play-to-Win zu machen. Ja, die haben das aber angeblich schon geändert, dass sie dann sagen, da sind halt kosmetische Sachen drin, habe ich irgendwie den Patch-Notes gelesen. Und, ähm, dass da ganz, ganz, ganz selten Waffen drin sind, heißt es jetzt. Ja, ob ich das glauben kann. Warte, ich fress mich hier gerade mit Blackberries kurz hoch. So, Blackberries sind hier die Hauptnahrung in dem Spiel, falls es der eine oder andere noch nicht mitgekriegt hat. Ah ja, brauchst du noch ein paar? Ja, doch mal. Oh Gott, ich habe noch 1% Hunger. Ah, Essen. Ich bin jetzt bei... Oh, das war richtig. Irgendwas sind 50. Ja, du kriegst nicht so schnell damage. Unten läuft wieder, glaube ich, einer. Ah ne, das ist ein Zombie. Der stirbt sich da einen ab. Ja, das habe ich schon gesehen. So. Ich habe noch 150 Blackberries. 150? Oh mein Gott. Aber wir haben die gleiche Waffe. Ich habe noch eine Axt. Damit kann man Bäume fällen. Also eine richtige Axt. Okay. Na, ich glaube, die Axt reicht auch aus. Ja. Ja, müsste eigentlich, ne. Ich meine. So, erst mal eine Flugbahn mach. Aber die fette Axt ist dreifach so schwer, wie die du gerade hast. Ja, die macht wahrscheinlich auch mehr Damage. Aber meine hat schon, äh, nur noch 674 von 2000 Haltbarkeit. Aber ich weiß auch nicht. Ja, meine 749, die fangen immer kleiner an. Ja. So, was machst du jetzt hier? Küche angucken. Hätten wir mal vor dem Video machen können, aber... Ich geh mal auf den Balkon raus. Gucken, was hier so geht. Brauchst du noch ein paar? Ne, ne, ich bin jetzt bei 51%, das passt schon. Okay, das reicht erstmal. Ja, das, äh, das Trinken geht irgendwie mal schneller hoch. Ja, lass mal das Gebäude hochgehen. Ja. Warte, hier auch rein, oder? Oder warte, mach du schon mal da, ich geh schon mal eins hoch. Das wird dann, also geh mal schneller. Boah, leck. Ja, und die haben das auch angeändert, dass es jetzt deutlich mehr Loot gibt. Also stand zumindest das in den Patch Notes. Also da hat man echt gar nichts gefunden. Da, was hab ich gefunden? Graubmann's Slice Carrots. Karotten hab ich gefunden. Kann ich die essen? Äh, würd ich erst machen, wenn du... All natural, gluten-free, fully cooked, just heat and serve. Einfach erhitzen und servieren. Ja, das finde ich doch gut. Achso, erhitzen. Ja. Achso. Oder kann ich die auch so essen? Ah, nimm... Ja, kann ich wahrscheinlich nicht. Ja, ich hab noch 48%, ich warte lieber noch. Ja, wollt ich kurz sagen. So. Multivitamine? Schön. Oh, da kann ich auch rein. Hast du grad... Ah, okay. Ja, ich, 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 das. Aber ich find soundmäßig ist das ganz gut, das Spiel. Also du hörst echt übelst die Schritte und wo wer ist und sowas. Ja, aber die Schritte sind manchmal ein bisschen übertrieben. Du hörst einen Spieler, der irgendwie... Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, hier ist nix. Ich komm jetzt weiter hoch. Ja. Na, ich lauf wieder ins Treppenhaus. Bist du schon da? Okay. Ja, ich war da. Geh du rechts rein, ich geh links. Okay. Hey, hier ist der Ding umgefallen, der Kühlschrank. Toll. Scrap of Clothes, nice. Ah, das ist immer gut. Kann ich das nicht lupen, genau. Ah, das nervt aber ein bisschen, dass das so verzögert ist. Ground? Ja, du darfst nicht vergessen, du spielst auf dem OS-Server. Dafür ist das eigentlich ganz gut. Wenn ich da an Nether denken... Kaffee. Ja, so Kaffeepulver. Okay. Vielleicht kannst du das in der Hitze das Wasser rein tun und dann hast du Kaffee. Das ist nur die Frage, was der bringt, der Kaffee. Adrenalin. Leicht. Kann sogar, also so, dass du mehr Sprint hast wieder. So, ich lauf wieder ins Treppenhaus. Bist du fertig? Ja, ich bin noch am Durchsuchen. Das dauert dann irgendwie irgendwie ein bisschen länger. Na, ich warte noch auf dich. Na, du kannst schon höher gehen. Alles klar. Geht das was schneller. Ah, okay, hier bin ich auf dem Dach. Das bringt jetzt nicht so viel. Auf der Terrasse ist nie was, ne? Naja. Bist du gehüpft? Ja. Da unten läuft aber trotzdem einer, glaub ich. Bleib stehen. Ne. Gut, dann lass wieder runter. Bleib mal grad stehen. Ja, ich steh. Okay, ist keiner. Ist da alles abgesucht? Ja. Kann man nicht irgendwie aufs Dach klettern? Achso, das ist das Dach. Ich war grad. Es ist das Dach oben. Okay, lass mal runter. Ja, okay. Ich hab auf jeden Fall schon mal Medizin gefunden. Ja, wir brauchen Waffen, ey. Oder mal so einen Bogen machen. Du, wir können uns eigentlich einen Bogen machen. Ja. Aber ich halt nicht so viel vom Bogen. Die meisten klopp ich immer tot den Bogen. Nein. Da ist ein Zombie, pass auf. Da ist kein Bogen, dass der... In dem Wagen mal durchsuchen hier. Mach du das mal. Aber immer umgucken, dass keiner irgendwie... Ja, der Zombie, der guckt mich immer an. Aber der kommt nicht. Ja, ist nix drin. Na, schau, hier ist die Karte. Guck. Achso, die Karte. Ja, die hab ich... Ich dachte, man könnte die auch nehmen. Weil hier redet jemand. Ja, sollen wir ins nächste Gebäude auch reingehen? Ja, lass mal hier die Tanke rein. Ja, da war eben, glaub ich, jemand drin. Ja, aber da find's Rucksäcke und so. Ah, hier ist was drin. Okay, Wagen kann man nicht kaputt schlagen. Karotten wieder. Nice. Nee. Sausages, Würstchen hab ich gefunden. Was? Weil die... Das Glas sieht man gar nicht in den Fenstern. Naja. Wo bist du? In der Tanke? Ja. Da sind, äh... Halsplanken kannst du da... Zum Häuselbau. Häuselbaue. Oh! Da kam ne Soße raus. Komm ich da dran? Mom's Pink Salmon. Hey, gut zu wissen. Da kann auch... Äh... Ich hab irgendwas gefunden. So ein Motorblock fürs Auto. Motorblock? Offroad Turbo hab ich gefunden. Offroad Turbo. Ah, nice. Dann ist der Offroad Wagen schneller. Okay. Musstest du nur noch einen Offroad Wagen finden. Ja, und ne Batterie. Ja. Okay, komm weiter. Du hast ja... Ah, hier ist wieder Essen. Du hast ja... Wie viel Energie hast du noch? Ich hab Energie... Also Essen. 22. Ah, hier ist ne Flasche in nem Doody. Braue ich nicht. Okay. 23? Purified Water. Nice. 23. Ja, ich ess jetzt einfach was. Ja. Ich hab ja selbst was... Ich hab gar kein... Warte, kann ich das trotzdem essen? Ich will mal eat. Ich ess das jetzt mal. Da halt nur 30%? Ja, bei mir auch 30%. Kommt jemand, hier kommt jemand. Jo, ich hör's. Lass mal rausgehen hier hinten. Warte, der ist da vorne. Der sieht mich nicht. Der steht da, siehst du ihn? Dahinter bei der Kasse. Ich bin... Ja, der hat nix. Der hat nix. Egal. Lass den einkreisen. Ach du ihn? Der ist fast tot. Ah, Achtung. Jetzt bin ich. Der ist fast tot. Der hat fast nix mehr. Der müsste bluten eigentlich. Ah, der ist nicht schnell. Der hat ne Kappe. Den brauchen wir. Ja. Das ist das eigene Kleidungsstück. Ah, der ist mir jetzt n Bogen, ne? Jaja. Da hinten steht jemand. Ja. Oder das ist ein Zombie. Das ist die Teleportierte. Das sind zwei Spieler. Ja, den kriegen wir nicht. Ah, warte, jetzt läuft der zu mir. Ah, da ist die T-Mane. Da wurden wir noch zu viel. Das macht so gut. Oh, fuck, fuck, fuck. Lauf weg. Oh, lass den weglaufen. Da sind vier Spieler. Lass weg. Ist hinter mir? Ja. Lauf da hin. Die ganze Zeit. Ah, die, die kommen nicht. Die kommen nicht. Egal. Lass weiter. Ja, wo gehen wir hin? Wir müssten schon in der Stadt bleiben, denk ich mal. Ich find's halt nicht schlecht, einen ganz kleinen Unterschliff zu bauen irgendwie. Ja. Damit wir Sachen storen können. Ja. Aber wie bauen wir den? Crafting. Du kannst Crafting, kannst du dann auf Housing gehen, aber da hab ich nichts drin. Also. Ah, hier steht Wasser. Ne empty bottle. Ah, egal. Ist auch gut. Ja, auf dem anderen Server, da hab ich zwei M4s, ey. Aber keine Munition. Oh, das ist ein Bär. Ja, lass den mal. Den meinte ich von vorhin. Warte mal, wir sind Cranberry. Gibt's da noch irgendwo ne andere Stadt hier in der Nähe? Hier ist ein Spieler. Wo denn? Nein, das bist du. Das bist du. Das bist du. Okay. Wir brauchen irgendwas, wo wir uns wieder erkennen. Ja. Ja, du siehst, das siehst du nicht meinen blauen Rucksack? Ja, ja doch. Ja. Aber du erkennst mich halt nicht wieder. Ja, du siehst eigentlich fast so aus wie ich. Aber man kann halt auf den Namen gucken, bevor man jemanden angreift. Ja. Du hast die... Oh, 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 oh. Boah, Alter. Aber der wird übelst Nahrung geben, der Bär. Die müsste eigentlich... Ach, das sind die beiden Typen? Wo denn? Äh, ja, ich seh sie. Ach, den Naka. Oh, scheiße, das ist ja schon schön gesetzt. Ja, die haben auf jeden Fall Rucksäcke. Also das wär schon fette Beute, wenn wir die killen würden. Duck dich mal auf C. Guckt, jetzt hab ich X gedrückt. Ja, das drück ich auch. Ah, die laufen aus der Stadt raus. Warte mal. Ah, die kommen wieder, die kommen wieder. Sollen wir die angreifen? Die haben Bögen auf Naka. Ah, Naka. One-Hit-Headshirt. Warte, ich heil mich nochmal kurz hoch. Soll ich mit der fetten Achse auf die drauflaufen? Ja, mach mal. Sollen wir? Ja, die sind nicht mehr da. Wo sind die hin? Es wär übelst die Beute, wenn wir die legen. Ja, die hören uns aber auf Entfernung laufen. Ey, da ist ein Rucksack oben hier zum Looten. Also ein Beutel. Was ist das? Boah, da sind Sachen drin. Ne Maschete, Alter. Nice. Save mich mal kurz. Rutsig. Ja, nimm mal alles, nimm mal alles. Äh, ich bin dabei. Warte, ich muss... Die sind hier draußen, die stehen hier draußen und warten. Okay, ich hab ne Maschete. Okay, komm mit, die sind weggelaufen. Sollen wir die jagen? Wo sind die? Ne, das ist im Fern, wir gehen weg. Das lassen wir. Okay. Sind da hinter dem Hügel. Warte mal. Guck mal, Maschete, siehst du die? Ja. Nice. So, wir brauchen nur Waffen. Ja, deswegen wollte ich ja da, wo die gerade hinlaufen, mal in die Richtung laufen. Da gibt's aber, ich würd sagen, wir warten auf Florian, oder? Bevor wir das machen. Dann würd ich doch sagen, machen wir in der Nähe von dieser Militärbasis, oder was auch immer das ist. Äh, unser Haus. Weil da ist immer gut Loot. Wir können kein Haus machen, bevor wir's nicht, ähm, discovered haben. Ja, ja, weiß ich. Ja, aber was brauchen wir dafür, das ist jetzt eher mal die Frage. Du wolltest flanken und noch irgendwas wahrscheinlich. Ja, du musst ja, wenn du auf Crafting gehst und dann auf Housing. Da hab ich nur diese Punchy Sticks, hab ich da. Ja, aber du musst es covern. Ja, das kann ich nicht. Scrap of Clothes. Also du kannst mit Wood Plank und Scrap of Clothes, da fehlt mir eine Sache noch. Da kannst du dann irgendwas machen. Mir auch, mir auch. Ein Salzpaket und Curified Water. Ah, ich kann was discovern. Metal Shard kann ich machen. The Line? Was ist das denn? Kann ich irgendwas machen? Nee. Ah, ich kann für's 8-Kit machen. Laber. Wie hast du's gemacht? So. Also ich kann jetzt The Line craften. Und damit, äh, wenn ich, äh, eine Bandage, wenn ich Bandagen hab, dann kann ich... äh, ein First Aid Kit machen. Ja, wie, was, wie hast du das discovered? Wie ist das gemacht? Äh, mit, äh, Wasser und Salz. Wasser und Salz. Ich hab aber nur Zucker. Nein. Jetzt hab ich noch. Brown Caffee, Purified Water. Ich kann glaub ich Kaffee machen. Ja, ich kann Kaffee machen. Ey, ich kann irgendwas Neues machen. Ich hab's, ich hab's gefunden, Niklas. Basic Shark Door, ich hab's gefunden. Nice. Du musst Wood Plank und Wood Stick reinziehen, dann hast du's. Ah, okay. Irgendwas rauscht hier grad ganz schön. Ah, drinking Caffee will replenish your energy and hydration. Also beides. It can also warm you up in cold climates. Okay. Also, wenn du irgendwie... Warte mal, wenn ich jetzt auf Discover, äh, auf Crafting gehe... Das ist aber nicht unter Housing. Unter, was ist das denn drin? Äh... Hast du hier schon gelootet? Survival. Hier Basic Shark Door, ich kann das sogar bauen. Soll ich das mal machen? Wo sollen wir das hinbauen? Ja, das ist aber doch nur ne Tür, oder? Nein. Das sieht aus wie diese Hütte. Äh, ist, wie groß ist denn die? Aber ganz klein, oder? Only fit inside of the Basic Shark Doorway. Ja. Ganz normal, du kannst nur ne ganz kleine Hütte bauen und da kannst du die reinstellen. Das bringt's nicht, mach's nur nicht. Ja, aber ist das doch da mit diesem Code, oder nicht? Ja, aber du brauchst erstmal, äh, ne Hütte. Äh, okay. Hast du das schon durchsucht hier? Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Kann man hier mal reingehen? Guck mal in den Wagen. Gibt's doch nicht, dass wir keine Waffe finden, ey. Kann ich in den Wagen gucken. Server bitte nicht disconnecten. Ach. Na, ich glaub den Wagen konnten wir gar nicht schützen. Der kann's doch nicht. Warum kannst du hier alles aufmachen? Oh mein Gott. Jedes einzelne. Oben ist wahrscheinlich so ein richtiger Desk, den kannst du aufmachen. Alter. Oh Leute, weil das ist ein Bürogebäude. Oh, hier sind noch mehr von denen. Abinett. Okay, aber hier kannst du nix looten an den PCs. Naja, an den PCs nicht. Nur in diesen Seitenräumen, in diesem Abinett drin. Da ja, ist was. Aber da ist irgendwie nix drin. Vielleicht schon abgefarmt hier? Nein, nicht. Wieder was essen. Ähm. Liced Carrots esse ich einfach mal. Ja, ich esse auch direkt was. Wo hab ich die denn? Ah, ja, ich auch. Geht. Also ganz ehrlich, Blackberries sind am besten vom Platz her. Und vom Essen. Tausendmal besser als andere Sachen. Aber auch am nervigsten. Ja, aber trotzdem. So. Du siehst, du bekommst 30% für 100 Platz und hier bekommst du für 100 Platz 200. What's up? Oh. Glory, lockt schon mal wieder ein, wir nehmen grad schon auf. Oh. Wir haben uns gefunden. What's up? Ja, es geht noch höher. Okay, wieso kann ich das nicht? Bist du schon oben? Ne, ne, ich. Du seid nicht noch an, ähm. Ja. Ich hab nen Beutel gefunden, ich hab ne Machete hab ich gefunden aus so nem Beutel. Da stand grad wieder High. Ah, ich bin hier wieder, ne? Okay. Wo seid ihr? Ja. Ich wär so ziemlich im Norden. Ja. In so nem Bürogebäude. Ja, ja, ja. Wir sind Cranberry. Wo geht's denn hier noch hoch? Ja, hier lootet man. Es ist schon. Also. Ja, dann lass mal zum Flory laufen. Ich weiß ungefähr wo das ist. Wo müssen wir runter? Hier, hier. Ah. Ja. Wo bist du? Komm. Hey, da redet einer. Achtung. Die sind rechts von uns, also links jetzt. Soll ich mal hier bleiben, oder? Oh. Alter, wo sind wir jetzt? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ähm. Ja, ich weiß jetzt nicht wo ich... Mal unten? Ah ne, erstmal Florian. Ja, lass erst Florian. Warte, ich weiß ungefähr wo das ist. Komm mal mit. Äh, ich weiß wo. Ja, in die Richtung ist Süden. Ja. Leute, ich hab Fernglas gefunden. Ja, bleib mal ungefähr wo du bist. Das braucht man auf jeden Fall. Äh. Ja, das ist so. Da haben die Gegner nicht auf so ne ganz große Entfernung. Da ist jemand in der Tanke. Der hat nen Bogen. Lass ihn töten. Der hat uns gesehen. Ich hab sogar Pfeile, also falls wir den töten. Achtung. Kommt der? Ja, der ist der. Dann spring zur Seite wenn der den tut. Der hat nix, der hat nix, der hat nix. Ja, scheiß auf den. Der läuft weg. Doch, lass den Bogen nehmen. Ja, der läuft 100 Jahre hinter... äh weg. Komm Niklas, lass es einfach zu Florian gehen. Ja. Zu dritt sind wir stärker. Jo, einen hast du nen Bogen? Jo, das Hangler ist ja richtig P. Warte, wo war das jetzt nochmal? Äh ne. Äh hier an der Kirche, da sind zwei. Im Süden. Drei Leute sind da. Einer hat nen Rucksack. Einer hat nen Rucksack. Ja lass die mal erstmal. Lass sie. Da links neben mir ist. Was hat der? Der hat Rucksack auch. Kann man auch sehen, wie viel Schaden macht? Weiß ich nicht. Ich meine... Durability. Hat das hier jemand gebaut? Was heißt? Was heißt Durability? Das hat wer gebaut, ja. Das hat wer gebaut. Hm. Krass. Ja hier ist wieder so ne Hütte, schau. Hier ist wieder so ne Hütte. Naja, aber da kannst du nix dran... Doch. End Access Code, schau. Wenn du da drauf kriegst. Ja, ja. Da brauchen wir Nägel glaub ich für, ne? Ich hab Nägel. Also ich kann Nägel machen. Äh, Niklas kann schon Minipacks machen, gell? Toll, wie macht man das denn? Ja. Äh, du brauchst, äh, Purified Water, Salz und dann, äh, Bandage. Salz hab ich. Ja, dann musst du Salz mit Purified Water zusammennehmen, dann hast du Saline oder sowas und dann... Aber was ist Purified Water? Ich meine hier irgendwo war das, oder? Da war das Wasser. Wo bist du, Flory? Ah, warte, ich bin in dem Haus drin. Ja, du bist auch ein Held. Komm raus. Ne, hier, hier war das, das Grüne, das Grüne war das. Wir sind auf der Straße da drunter. Ne, hier war das. Irgendwo. Ich bin jetzt da, wo ich, äh, ausgelockt bin. Ja? Dann war das hier, glaub ich. Da steh er da. Da sind zwei Typen. Achtung, zwei Typen. Ich steh gerade auf der Straße. Geh weg, geh weg. Die laufen. Laufen die auf den Zug? Oh, der hat eine Shotgun! Geh weg, 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 weg! Spring hoch. Ja, der weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich hör aber nix, ne? Die kommen nicht mehr, die sind weg. Haben die hatte geschossen. Die sind weggelaufen. Ne, ne, die sind im Wald gelaufen. Alter, holt auf einmal voll die fette Shotgun raus. Okay, wo bist du, Florian? Ich bin auf der südlichen Straße da. Ich bin nicht bei dem Schild. Ja, wir sind da auch. Das ist auch dieses grüne Haus da, wo du dich ausgelockt hast, oder nicht? Bist du das hier? Ich hüpf. Ich hüpf. Ich hüpf. Achso, das ist okay. Ja. Wo bist du, Florian? Ich bin jetzt bei dem Schild. Wo hast du nem Schild? Sascha weiß wo. Ja, ich meine, dachte das wär hier. Lauf, äh, du siehst doch die Kirche in der Mitte, Florian, oder? Ja. Lauf da mal hin einfach. Dann machen wir's einfach so. Easy peasy. Hm. Du das hier? Ich hüpf mal, Florian. Hüpf, Florian, hüpf. Hüpfe. Nee, das ist er nicht. Der hat, der hat ne Fäuste. Fuck you, bitch. Ja, der läuft uns hinterher. Da ist so'n Typ. Hüpf mal. Ey, der hat ne Pistole in der Hand, glaub ich, Niklas. Oder ist das die Taschenlampe? Seid ihr das da? Das ist ne Taschenlampe. Ich hüpfe. Der hat nix. Wir hüpfen beide. Da sind drei Typen vor mir. Ja, ich seh sie. Drei Typen vor dir? Okay, dann bist du... Dann warst du am Nordeingang. Dann warst du am Nordeingang. Nicht Süd. Ja, okay, wir sind jetzt bei der Kirche. Ja, hinter der Kirche sind wir. Hinter dem Turm. Zeig dich einfach. Wo bist du? Okay, der Typ. Spring mal, spring mal. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf mal. Ich hüpfe, ich hüpfe. Ich bin jetzt bei der Kirche. Bist du auf den richtigen Server gegangen, ja? Ich hüpfe da. Ah ja, hier, wir sehen dich. Hier sind wir. Da hinten ist der langgegangen. Da hinten ist der. Der hat auch nen Bogen gehabt. Hier läuft überall welche rum. Lass mich mal killen. Ich hab keine Stamina mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Okay. Den kriegst du nicht, Flori. Oh, der hat ne Knarre. Bist du sicher? Oder ist das ne Taschenlampe? Das ist ne Knarre. Lass mal gerade irgendwo hingehen. Warte, lass uns in ein Fabrikgebäude da gehen. Ja, ja. Das war doch hier und dann rechts, gell? Ne, wo war das nochmal, Niklas? Ja, folg mir mal. Niklas, du bist Dibbesige. Dibbesige. Ja, guck mal, Flori. Das hat einer schon gebaut, diese braune Fläche hier mit den Mauern. Siehst du das? Ja, ich kann doch auch was bauen. Kann man irgendwie Scrap-Metal von den Autos bekommen? Ja, nein. Das ist aber, was den Autos sind Scrap-Metal. Ich hab auch noch Scrap-Metal. Sieben Stück. Oder so. Lass den mal killen da. Ah, hier. Der hat nen... Was hat der? Bogen. Der hat ne Markete oder was auch immer. Der hat nen Tactical Knife. Lauf weg, lauf weg. Hä, wer? Das bin ich. Achso, du bist das. Ich bin der mit der Crap. Ey, lass scheiß auf den. Er hat nen Bogen, er hat nen Bogen. Oh, der schießt. Der will schießen. Darauf. Der ist hinter dem Auto, in dem schwarzen Van. Oh. Ja, danke. Das hast du nicht verloren. Ja, das ist relativ schwierig. Boah, alter Flory. Ey, das ist... Keine Ahnung. Wir müssen echt aufpassen. Einer geht am besten immer nur rein, dann. Bei Nahkampf. Ja, scheiß auf den. Scheiß auf den. Der läuft nur weg. Okay, dann lass da hinten hingehen. Okay, dann lauf vor. Ich hab keine Stämme noch mehr. Achtung, der ist da hinten. Habt ihr Muni? Ne. Ne. Bist du sicher, dass das da war, Niklas? Ja, hier vorne ist das hinter der Mauer. Ich muss mich gleich mal irgendwo in ein Gebäude hinsetzen und was essen und so. Und ausruhen. hier unten. Oh, da sind zwei. Beide Rucksäcke. Egal. Und so viele. Wir müssen... Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Munition erstmal. Ja, dann können wir die alle wegknallen einfach. Ja, ich hab drei Waffen. Ja, gib mir eine. Gib mir uns beiden eine. Ja, lass mal gerade hier rein setzen. Ja doch, wenn ich Muni finde, wenn du nicht spielst. Natürlich. Na gut. Da ist ne Flasche. Hier ist ne Flasche. Da. Brauch ich nicht. Ich hab schon zwei. Da. Gib mir mal mit. Ja. Er droppt mal irgendeine Waffe, die du hast. Und Niklas auch. Komm mal her, Niklas. Hier ist noch mehr Wasserwaffe. Ich hab drei Waffen, aber... Empty Bottle wieder. So, die Pistole nehm ich mal. Keine Ahnung, nehmt ihr beide die Pistole. Ich nehme das Sturmgewehr. Die andere Pistole ist noch richtig gut erhalten. Hier, die hier. Aber die hat auch keine Muni, ne? Ne, ne. Ich hatte eben recht viel, aber... Die hat ziemlich stark, die Pistole. Die müsste ziemlich stark sein. Ich hatte eben ziemlich viel Muni, nur... Ich hab halt vier Typen damit gekillt, weil die alle mich angegriffen haben. Warte, ich setz mich mal gerade hin und ess was. Na, mach mal. Ich muss mich ausruhen. Ich hab nur mit 10% Stamina. So, mal was. Wir müssen erst... Wie setzt man sich denn hin? Auf X. X. Ich hab noch immer 135 Blackberries, falls ihr was braucht. Ich hab jetzt gar keine Blackberries mehr. Ich hab noch 7 drin. Ah, ne. Es passt schon bei mir. Ich loot mal so lange hier ein bisschen. Kann auch Kaffee machen, ne? Ich auch. Aber... Ah, geil! Ich hab was zu essen gefunden. Nice, dass er sich dreckt. Ich würd... Mich würd mal interessieren, wie man... Ah, okay. Ah, wenn wir ein Haus haben, ne? Ich kann einen Wasserfänger bauen. Mich würd mal interessieren, wie man das dreckige Wasser... Wie steht man wieder auf, ah? Wie man das... Ja, über Feuer. Über Feuer. Du musst das, äh... Ja, das funktioniert aber nicht. Irgendwie. Nee. Ich hab' ich schon ausprobiert. Wir haben ja... Boah, das ist laut die Tonne, ey. Spielt der eigentlich First Person, oder? Nee, das hört sich. Ich glaub' First Person ist besser, aber auch beim Nahkampf halten. Aber... Wenn du Fernkampf offen hast, glaub' ich First Person besser. Ach, ist doch egal. Punkt ist Punkt. Jetzt tun wir die, ähm... Pistol in den Slot rein, damit, äh... Aber mit der Pistol kannst du recht gut aimen, also... Ja, du hast recht zum Abschrecken, ne? Jaja. Aber ich hab' zu wenig... Ich hab' ne fette Achse und ne kleine Achse. Ich glaub' ich werf' die aber nicht weg. Und fette und dieses Messer. Weil ich brauch' 1500 Platz für die Holzachse. Ohohoho. Okay. Du hast gewonnen. Ja, hiermit kann man doch nicht mal aimen. Natürlich. Nein, das geht. Lass' mal gucken, vielleicht finden wir hier ne Autobatterie. Weil Sascha hat schon für nem Offroadern, äh, Boost gefunden. Ja. Ja. Ich brauch' nur noch ne Batterie, glaub' ich. Ja, guck mal, hier ist noch ein Feuer. Oh. Kann man's benutzen? Ja, warte. Da ist doch auch so ein... Ja, die fetten Kisten, die kann man wahrscheinlich nicht kaputt machen. Wahrscheinlich nicht. Hier oben ist nix. Lass' jetzt erst mal versuchen... Oh, lol, ich glaub' ich davon Schaden bekommen hab' ich. Sieben Prozent, was? Ich hab' dann nichts bekommen. Ja, wo wollen wir hin? Wollen wir mal hier mal hoch? Dann? Hier sind noch Holzplanken, die man aufnehmen kann. Ich würd' mal gerne Typen killen, aber wir brauchen eine Position. Ja, ich bin eher dafür, dass wir Muni suchen und dann einfach die Typen killen. Ja, aber hier... Hier kommst du nicht hoch. Hier drinnen... Müsste da rechts hoch. Hier in dieser Platz findet man voll wenig. Weil hier einfach jeder ist. Ja, ja. Wir müssen einfach an irgendwelchen Vororten. Ach, ich hab Purified Water noch was gefunden. Ja, dann lass' mal irgendwo ne Straße rauslaufen. Sagst du, Niklas? Aber warte, die sind Dinger, die hab' ich mal mit. Wo seid ihr? Guck. Da hochgelaufen. In dem braunen Hügel. Ja. Vorne? Wo seid ihr? Hier oben. Hier. Ah. Ah, hier hat auch jemand was gebaut. Ja, warte, lass' mal... Ja. Aber wie machen die denn diese Erde? Ey, da vorne war grad jemand. Die Erde macht doch nicht. Habt ihr alle Full AP? Die Tabolen. Äh, die sind Prozenter beschwert. Die Tabolen. Die Tabolen. Ah, Kleidung ist irgendwie selten. Genau. Ah, oh bumm. Hinter dir. Was ist der Ding? Weil du Poster. Der läuft Tickzack, das ist gut. Den kannst du einholen. Kann man im Sprint schlagen? Nee. Doch, ein bisschen. Mit leichten Waffen schon. Nur mit dem Messer kann ich. Der heigt fest. Der Kille nach mir. Ah fuck, mein Ding ist am Arsch gegangen. Meine Machete. Ja? Warte hier, ich geb dir was. Nee, ich hab schon, ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Ey, du hast noch das eine Ding. Boah, der heißt auch einfach Wieselbesieg. Ja, so heißt jeder. Ja, scheiß auf den. Das ist doch behindert. Okay, lass mal hier hochlaufen. Ey, ich brauch mal was zu trinken, seh ich grad so. Okay, lass dann. Der hat nen Bogen, auch aufpassen. Ja, ja. Du musst einfach mal oben mit Bögen üben zu schießen, aber. Hier ist glaub ich nix. Nein. Lass einfach mal aus der Stadt hier raus. Ja, aber wo? Wir können ja mal in die andere Stadt gehen. Äh, ich weiß, wo gutes Loot ist. Ja dann, zeig. Es dauert doch ein bisschen, bis wir da sind. Ist egal, hau rein. So Leute, das ist der erste Teil unserer Erkundungstour. Und ich würd mich freuen, wenn ihr bei der zweiten wieder bei seid. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.